Das ist jetzt ungefähr der zehnte Versuch oder so von meinem Video. Ich bin unglaublich nervös. Ich habe keine Ahnung, wer das alles anschauen wird. Heute ist der 25. November 2011. In den letzten Videos wollte ich immer 2011 sagen. Zu Englisch bin ich schon. Heute hat mein Übermarkt Geburtstag. Hallo Mama. Ich wünsche dir von Herzen alles, 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 alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ich drücke dich ganz, ganz fest. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Urlaub in Porto Ventura. Ich denke ganz arg an dich. Heute wäre so ein Tag, wo ich super gerne zu Hause wäre. Und Kaffee und Kuchen und Sprudel. Candy hier nämlich irgendwie, nämlich gar nicht. Einfache Zeit mit meiner Familie verbringen. Die Woche in North Carolina ist ziemlich einsam. Wir wohnen mitten im Wald. Außer Eichhörnchen und einem Hund und Katzen gibt es ja eigentlich nicht sehr viel Gesellschaft. Ich wünsche dir, dass du am Strand laufen kannst, dass es dir gesundheitlich gut geht, dass ihr toll essen gehen könnt, dass ihr eine gute Zeit zusammen habt und vielleicht hast du die Geschenke schon ausgepackt in Deutschland oder du hast sie mitgenommen. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Was sagt man noch auf einem Geburtstagsvideo? Ich denke sehr viel an dich und hoffe, dass du einen schönen Tag. Einfach bleib gesund, alles Gute. Ich bin deine Tochter aus North Carolina. Ich drücke dich. Hab dich lieb. Tschüss. Gruß an Papa. 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 Wang ist passiert. Gruß an Papa.